In eine Petrischale wird zunächst etwas Wasser gefüllt. Anschließend gibt man in die Mitte einige Kariumpermanganat-Kristalle. Sobald die Kristalle mit Wasser in Berührung kommen, entstehen violette Schlieren. Um die Kristalle selbst stellt man eine tiefviolette Färbung fest. Wartet man längere Zeit, so merkt man, dass die violette Färbung sich immer weiter ausdehnt. Im Zentrum stellt man eine sehr starke violette Färbung fest. Je weiter man nach außen geht, desto mehr nimmt die Intensität der Färbung ab. Nach einiger Zeit schließlich ist die Lösung einheitlich violett gefärbt. Diesen Versuch kann man relativ leicht erklären, wenn man annimmt, dass die Materie aus kleinsten Teilchen aufgebaut ist. Nicht nur Flüssigkeiten bestehen aus kleinsten Teilchen, auch das Verhalten der Feststoffe kann man mit diesem Teilchenmodell erklären. Stellt man den Versuch im Modell dar, so erhält man folgende Abbildung. Die blauen Teilchen sind die Wasserteilchen, die lilanen stellen die Kalium-Permanganateilchen dar. Die Kalium-Permanganateilchen und Wasserteilchen sind gleichmäßig verteilt. Deshalb ist die Färbung des Wassers einheitlich. Um jedoch vom Ausgangszustand bis zum einheitlich gefärbten Zustand zu gelangen, müssen die verschiedenen Teilchen sich bewegen, um sich einheitlich zu vermischen. Auch wenn eine einheitliche Färbung erreicht ist, bewegen sich die Teilchen eigenständig. Ein besseres Modell ist deshalb folgendes, wie wir sie hier auf der Abbildung erkennen können. Da sich die Teilchen eigenständig bewegen und vermischen, bleibt die Lösung einheitlich. Man kann das Teilchenmodell für Feststoffe, Flüssigkeiten und Gase anbinden und die Eigenschaften dieser Stoffe damit erklären.